Die Zeit 10.53 Uhr. Linie 903 nach Dienstnaken Bahnhof in 2 Minuten. Linie 903 nach Wotteeck in 11 Minuten. U79 nach Maiterich Bahnhof in 13 Minuten. Aufgrund eines technischen Defekts bleiben die Aufzüge an den Halterstellen Dussern, Waldfriedhof und Sankt-Anner Krankenhaus bis auf weiteres Außerbetrieb. Bitte tragen Sie in Bus und Bahn eine medizinische oder FFP2-Maske. Die Zeit 10.54 Uhr. U79 nach Düsseldorf Uni in 2 Minuten. Linie 903 nach Rheintörchenstraße entfällt. Entfällt. Linie 903 nach Mannesmann Tor 2 in 13 Minuten. U79 nach Düsseldorf Uni in 17 Minuten. Bitte tragen Sie in Bus und Bahn eine medizinische oder FFP2-Maske.